ist leute willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal vielleicht wissen auch die ganz ganz alten Zuschauer von euch auf welchen Map ich hier gerade bin ich habe nämlich früher ein Projekt gehabt das nennt sich Minecraft Evolve das habe ich halt abgebrochen weil irgendwie hat es mir nicht mehr so viel Spaß gemacht und ehrlich sein muss, irgendwie macht es mir heute wieder Spaß äh Minecraft zu spielen und zwar sehr am Spaß vielleicht wollte ich, dass ich dieses Projekt weiterführe weil sie sich beendet habe ich sie nie offiziell jedenfalls geht es gar nicht um dieses Projekt oder diese Welt in diesen Videos, sondern einfach um ein bisschen cooleres Ding, sag ich mal okay, das Projekt und die Welt sieht allein schon mega cool aus, aber es geht etwas Besseres meine Meinung nach, jedenfalls die Leute, wie ihr schon mal Titel gesehen habt, es geht heute nicht um die alte Mike Wolfenberg sondern es geht heute mal um wie soll ich sagen um die 20 Euro verloren also in diesem Video werde ich das, äh, auflösen ich werde es jetzt nicht direkt am Anfang ich werde das Video aber auch nicht unbedingt allein Alter, es hat der Alter, wie viel Zeug hatte ich eh, ich meine, wie wir nicht jedenfalls, ähm Leute ich werde jetzt mal gucken, wo mal Ausrüstung ist ziemlich kaputt anscheinend ähm ich hatte es sogar Diamanten? ich habe auch eine ich habe eine Armbrust okay, ich hab ich hab seit damals nichts auf dieser Map geändert, es ist halt die Real-Tag-U-Alter-Map von Michael Wolfenberg jedenfalls Leute es geht gar nicht, äh, ja wie gesagt Leute ich werde, äh ich muss eine Sache sagen, nämlich ich hab dir das Video schon heute aufgenommen, aber am Handy und da habe ich auch gezeigt, wie ich es aufgelöst habe und so, aber leider war die Qualität so scheiße, wo ich mir echt gedacht habe, das kann ich doch nicht hochladen. Ähm, ich sage besser mal nicht, wer da gewonnen hat, weil sonst wird in den Kommentaren wieder Drama, äh, kommen. Jedenfalls, ähm, erstmal Entschuldigung, dass ich das halt nochmal neu machen muss, jedenfalls die Zeit, dass die Qualität hier so scheiße war. Egal, ähm, Leute, wir werden ein bisschen hier auf der Map rumlaufen, die ich damals gebaut habe und vielleicht schreibt ihr mir auch in die Kommentare, dass ich weiter, ähm, dieses Projekt machen soll. Das habe ich mir alles in ihr Leben gebaut. Und, ja, jedenfalls, ich sage mal so, ich habe auch, äh, mich, äh, im Video, was ich schon vorher gemacht habe, entschieden, dass ich es so machen werde, dass, ähm, Leute, die mir keinen Screenshot geschickt haben, äh, trotzdem mitmachen können, weil es haben richtig, richtig viele nicht gemacht. Es hat nur viele Leute, glaube ich, Screenshots mir geschickt oder mir einen Reader hat mir einer oder was gezeigt, das ist halt viel zu wenig. Und dann macht es ja, ähm, ja, das ist halt viel zu wenig, meiner Meinung nach. Deswegen haben wir alle Leute aus den Kommentaren genommen. Natürlich werde ich, äh, noch gucken, ob die die restlichen Sachen alle erfüllt haben, also abonnieren, geliked und einen netten Kommentar geschrieben haben. Ich habe jetzt nämlich alle Leute, die einen Kommentar geschrieben haben, aufgelistet. Und ich glaube, ich hätte keinen, ähm, negativen Kommentar unter dem Video. Natürlich, ist es eine Verlosung. Da bekommt man meistens keinen negativen Kommentar, weil die meisten, äh, Hater von mir sind ziemlich gelbgeil in dem Moment. Jedenfalls, äh, ähm, ja. Jedenfalls, Leute, ich werde jetzt gleich mal googelt fragen, eine Zahl zwischen 1 und 17. Es sind insgesamt 17 verschiedene Personen, die Kommentare geschrieben haben. Also, ja. Und, mal gucken, wer dann hier 20 Euro abgehasht. Nur mal so, im Voraus, wenn, äh, also der Gewinner muss, ähm, in den nächsten 24 Stunden hier auf Discord oder Instagram, äh, Discord ist in der Videobeschreibung verlinkt, äh, mich dann anschreiben. Wer das nicht tut, werde ich es nochmal neu auslosen in einem anderen Video. Also, also, ich wollte es nochmal gesagt haben, dass man das machen muss, wenn man gewinnt. Sonst hat man Pech gehabt, jedenfalls. Leute, wir fragen jetzt mal hier Google, was Google dazu sagt, eine Zahl zwischen 1 und 17. Ich habe hier nämlich eine Liste von, ja, wie gesagt, eine Liste von allen Leuten, die da halt einen Kommentar geschrieben haben. Okay, Leute. Google, nenn mir eine Zahl zwischen 1 und 17. Hier ist eine Zufallszahl 6. Zufallszahl am 6. Zufallszahl, die erste Person ist, äh, Sotho Monk, die zweite Person ist Kargok, sieben, die dritte Person ist Yanni, die vierte Person ist, äh, Arnold Bieler, das sag ich jetzt mal besser, nämlich den echten Namen, äh, die fünfte Person ist Chorset, die sechste Person ist Frisch und die siebte Person. Wohl, was für siebte, Alter. Alles klar, Digger! 1, 2, 3, 4, 5, 6, äh, 6 hat er gewonnen. Was macht los, ähm, die sechste Person ist, jetzt kommt's, Leute, ich glaube, ihr habt es schon gerade mitbekommen, ja. Die sechste Person ist Frisch. Ich muss mal ganz schnell los. Also, Bruder, Fisch. Grüße geht raus. Nennächstes für 20 Stunden schreiben, lest Bescheid, sonst gibt's hier kein, äh, Dings. Leute, ich würde mich trotzdem auch freuen, auch wenn man, äh, jetzt doch nicht, äh, Körnerkontakt eintragen muss. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele Unterstützer verloren, was mich irgendwie ein bisschen traurig macht, weil ich ja, äh, mit dem Geld, was ich da, verdiene, ähm, ähm, sowas hier, wie das hier, halt finanziere, äh, und, ja. Das macht mich halt auch ein bisschen traurig, wenn man sieht, dass ich früher viel, viel mehr Unterstützer hatte, und weil sie teilen nicht mehr so viele, wenn weißt du was, das würde mich freuen, wenn ihr mal, ähm, meinen Körnerkontakt in einen Atom-Shop eintragen würdet, äh, und, ihr könnt, ihr könnt, ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, auch nicht mehr von, äh, diesen Server, also von dieser Welt, von wie es machen soll. Und, ja, wie gesagt, Fisch melde ich bei mir, über Discord am besten, oder Instagram, egal wo, und dann bekommst du die 20 Euro, du hast auf Switch gespielt, hast du ja gesagt, dann muss ich dir, äh, leider, ähm, eine PSC-Karte geben, dann musst du dich auf dem PC anwenden, ich werde dich trotzdem freuen, ob du bei dir einen PC hast, weil sonst macht's ja gar keinen Sinn, gerne eine PSC-Karte zu holen, äh, und du gar keinen PC mehr mehr hast, wo's überhaupt geht, jedenfalls, Leute, lass uns dann auch oben ein Abo da, würde mich mega, mega freuen, wie gesagt, auf ihre, tragt mein Supported Credit Code ein, würde mich wirklich mega, mega freuen, und, wenn ihr glaubt, der ist drin, schaut einfach nochmal nach, weil, der wird alle 14 Tage ausgetragen, und, ich seh's eben, äh, äh, häufiger, dass, ähm, viele sagen, äh, dass der Creator verdrehen muss, aber, es wird immer mehr von uns ausgetragen, was sehr die Entzahl von Unterstützern, und, ja, Leute, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das machen würdet, bis zum nächsten Mal, und, tschau! Ba, 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 ba!